Die Botschaft deiner Seele. Diese Legung enthält Botschaft, eine Botschaft oder mehrere Botschaften deiner Seele. Sönnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist, dass du zu mir gefunden hast, beziehungsweise dass deine Seele dich zu mir geführt hat. Denn hier warten auf dich Botschaften, vielleicht eine, vielleicht mehrere Botschaften. Schau einfach, inwieweit du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Und heute kommen, wie fast immer, Tarotkarten zum Einsatz und natürlich auch die Orakelkarten. Und die Karten sind sehr schnell schon da. Deine Seele ist heute sehr gesprächig, beziehungsweise es ist irgendetwas Wichtiges, was ich dir denn mitteilen möchte. Und hier habe ich die 5 der Stäbe, den Pagen der Münzen, die 5 der Münzen, die Kraft und den Gehängten. Das können zum Beispiel Sachen sein, die momentan in deinem Leben da sind, die vorherrschend sind, irgendwelche Themenfelder bei dir im Leben. Und deine Seele möchte dir zu diesen Themenfeldern einfach etwas mitteilen, ja. Oder vielleicht dir zeigen, wie geht das Ganze aus, wie wird sich das Ganze entwickeln. Und ja, du kannst meinen Kanal abonnieren, du kannst liken, du kannst mir aber auch einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du hier dazu irgendetwas sagen könntest, ja. Zum Beispiel Feedback, damit ich sehe, okay, ich erreiche hier mit meiner Legung einige Menschen, vielleicht auch dich. Ja, würde mich sehr freuen, wenn du mir zum Beispiel kurz schreibst, ja, ich bin in Resonanz gegangen oder, ja, das war mein Thema. Vielen lieben Dank hier an dieser Stelle dafür. Die 5 der Stäbe, da zeigt dir deine Seele eine Herausforderung, ja. Etwas wird Energie brauchen, aber diese Energie, sie wird am Ende vielleicht sogar zu dir zurückkommen oder diese Energie wird eingesetzt für dich, ja. Nicht für jemand anderen, sondern für dich, für deine vielleicht auch persönliche Entwicklung, damit du etwas sehen, erleben kannst, was dich vielleicht aus deiner Komfortzone heraus katapultiert oder heraus, ja, herauszehrt, könnte man hier auch so sagen. Einfach die Horizonte können erweitert werden. Du könntest zum Beispiel auch ein Stück weiter hier kommen, wenn du dich hier dran beteiligst, wenn du da mitmachst, wenn du überhaupt was machst, ja. Weil ich habe hier die Stäbe und das ist hier eine Energie, die auf irgendetwas gerichtet wird und zwar direkt, ja. Direkt strahlt sie da drauf und das kannst du alleine machen, vielleicht aber auch in einer Gruppe von Menschen. Es könnte auch eine Herausforderung sein in Bezug auf irgendwelche Menschen oder einen Menschen oder mehrere Menschen, eine kleine Menschengruppe, kann das hier auch so sein. Das muss nicht unbedingt sein, dass du gegen diese Menschen bist oder irgendwie sowas. Das ist das nicht. Vielleicht ist es so, dass du mit diesen Menschen zusammen, ja, diese Energie auf eine bestimmte Sache, Angelegenheit richtest und da irgendwie was machst. Und gemeinsam sind wir stark, bekomme ich hier auch, ja. Aber wenn du alleine bist, ganz alleine, trotzdem, das dient dir, ja. Das wird im Endeffekt, wirst du irgendwie mehr Wissen, mehr Können, etwas auf jeden Fall erreicht haben, definitiv. Und da werde ich noch eine Karte dazu nehmen. Na gut, da wollen zwei mit, dann muss ich die zwei nehmen, ja. Und dann habe ich hier, ja, die drei der Schwerter und die zwei der Münzen. Also das kann hier zum Beispiel herausfordernd sein, weil ich habe ja gesagt, das sind schon bestehende Themenfelder, ja. Das ist nicht etwas Neues, was dazukommt, sondern das ist irgendwie so da. Und dann wie, was sollst du machen, möchte dir deine Seele mitteilen. Und ich habe das hier so, dass du irgendeinen Herzschmerz verarbeiten wirst, ja. Und dadurch, dass du diesen Herzschmerz verarbeitest, also ich meine hier so seelisch, emotional, ja. Und also jemand hat dich zum Beispiel verletzt oder jemand hat dich verlassen, ja. Es kann so in diese Richtung gehen mit den drei der Schwerter, da wirst du das überwinden können und kommst wieder in deine Leichtigkeit. Das möchte dir deine Seele hier an erster Stelle mitteilen. Kann etwas romantisch sein, äh, romantisches sein mit diesen, mit, äh, hier, mit dieser, ja, jemanden vermissen und sich vielleicht auch nach jemanden sehnen. Oder jemand hat dich irgendwie verlassen oder jemand hat dich verletzt. Das muss nicht unbedingt sein, dass du gar keinen Kontakt mehr hast mit diesen Menschen. Aber vielleicht ist es da noch irgendwie so, hängt das Ganze in der Luft, ja. Dieses Unangenehme. Und das kannst du verarbeiten. Damit wirst du klarkommen. Das gehört vielleicht sogar für einige der Vergangenheit an. Und du gehst in die Leichtigkeit. Muss nicht romantisch sein, kann aber, ja, das wollte ich hiermit sagen, dass es auch freundschaftlich sein kann, familiär, vielleicht auch auf Arbeit jemand. Weil ich habe hier die Münzen, vielleicht hat dir jemand übel mitgespielt auf Arbeit. Das kann hier auch so sein, ja. Und du bist, du bist sehr enttäuscht. Und, ähm, hast dich vielleicht deswegen auch ein bisschen zurückgezogen, ja. Ähm, bist vielleicht auf Arbeit oder da, wo das passiert ist, nicht mehr so präsent auf diesem Gebiet. Nicht mehr präsent. Vielleicht hältst du dich zurück. Und diese Karten zeigen mir und die Seele, deine Seele möchte dir mitteilen, ähm, werde wieder mutiger. Ähm, mach mit, äh, greif zu, ähm, mische mit, ähm, halte dich nicht zurück auf jeden Fall. Ja, das möchte dir deine Seele mitteilen und du kommst auf jeden Fall in die Leichtigkeit rein. In, ähm, auch so ein bisschen, ähm, mehr Flexibilität, ja. Ist hier irgendwie angesagt und du wirst hier sogar mit zwei Potenzialen, mit zwei Möglichkeiten hier jonglieren, ja. Also zum Beispiel zwei Sachen, äh, zur Auswahl haben und ein bisschen das, ein bisschen das, mal schauen, ja. Ja, und, ähm, ich hab hier auch für dich so ein ganz leichtes Vorwärtskommen, ja. Vorwärts ganz langsam, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Aber das hier wirst du auf jeden Fall überwinden, ja. Zeig mir hier. Die Karten möchte dir deine Seele mitteilen. Und, ähm, ich hab hier für dich den Pagen der Münzen. Das ist hier, könnte zum Beispiel, ähm, jemand oder etwas sein, was auf dich zukommt in Form eines Angebots. Oder es wird irgendetwas oder jemand auf einmal da sein. Und das hält, ähm, also vielleicht ein Mensch oder Situation einfach bringt mit diese Münze, ja. Und diese Münze, wie du hier siehst, sie wird dir hier so entgegengestreckt, so entgegen, ähm, ja, dargebracht, ja. Möchtest du diese, möchtest du diese Münze haben? Möchtest du sie annehmen? Könnte so, so eine Form geschenkt sein, Form. Muss nicht unbedingt verpackt sein mit einer Schleife, ja. Sondern das kann auch irgendetwas sein, wo du dir denkst, wow, also wo kommt das denn jetzt her, ja. Das kann ich gut gebrauchen, das ist genau meins. Danach hab ich gesucht. Dafür, ähm, hab ich gebetet. Oder ich hab versucht, das die ganze Zeit zu manifestieren. Und das, das wird dir gebracht werden. Ich weiß nicht, vom Universum, von jemandem, durch eine Situation, ja. Äh, äh, für viele hab ich hier auch sowas wie eine Chance, eine Möglichkeit auf Arbeit. Finanziell oder beruflich ist das hier, ja, eine Chance, eine Möglichkeit, die auf dich zukommen wird. Da musst du nichts machen. Das muss nicht unbedingt so sein, dass du dich beworben hast und jetzt wartest du auf die Ergebnisse deiner Bewerbung. Kann unter Umständen auch sein. Das wird positiv sein, ja. Ja, also, wenn du mehrere losgeschickt hast, zumindest eine ist positiv, ja. Ähm, aber nee, so meine ich das nicht. Ich meine das irgendwie, dass das so von alleine auf dich zukommt. Dass, dass dir wirklich angeboten wird. Dass das nicht, ähm, hier jetzt so, du suchst und bist verzweifelt auf der Suche und du findest nichts, sondern du suchst nicht mal und du findest, ja. Du musst nicht suchen und du wirst finden. So was habe ich hier für dich. Ähm. Und dir könnte jemand irgendwie was geben, was du gut gebrauchen kannst oder, äh, vielleicht eine finanzielle Zuwendung, Nachzahlung, Rückzahlung, Rückgestattung. Kann hier auch sowas sein. Und, äh, damit, damit kommt, kommt gleich hier, ja, ähm, damit kommt gleich hier der Erfolg ins Spiel. Die sechste Stäbe, erfolgreich. Guck mal, du hast hier die fünfte Stäbe. Und dann hast du hier die sechste Stäbe. Also deine Seele möchte dir auf jeden Fall hier mitteilen, dass du Erfolg haben wirst, dass du erfolgreich sein wirst. Vielleicht auf Arbeit. Vielleicht finanziell. Vielleicht beides gleich. Ich habe hier, ähm, ich habe hier auch Freundschaften und eine Eroberung. Du, 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 du könnt, dir könnte irgendwie, ich habe hier so einen, ja, mily Streich, ja. Das könnte dir gelingen. Du könntest da, ähm, irgendetwas erreichen, was so nicht einfach zu erreichen ist, aber dir gelingt es, ja. Ja, sowas habe ich hier auch für dich. Romantisch ist es hier nicht. Also das hier hat nichts mit der Liebe zu tun. Der Erfolg liegt hier im Finanziellen, im Beruflichen, im Freundschaftlichen, kann auch so sein, ja. Oder halt so, wenn du irgendetwas machst in einem Verein, Hobby, ja, in diese Richtung geht es. Romantisch habe ich das überhaupt nicht, ja. Also damit du das weißt. Also wenn romantisch, dann hier, dann das hier, die erste Reihe, ja. Dass es eher geht in die materielle Richtung. Nicht in die gefühlvolle Richtung, sondern hier geht es in die materielle Richtung. Und ja, da wirst du auf jeden Fall Erfolg haben, erfolgreich sein, oben auf sein. Auf jeden Fall Erfolgswelle reiten und zwar definitiv. Und dadurch kommt auf dich so viel zu, so viel Fülle. Fülle. Reichtum kann auch sein, ja, vielleicht bei dem einen mehr, bei dem einen weniger. Reichtum ist relativ, je nachdem, was du als Reichtum bezeichnest, ja. Zum Beispiel manche Menschen bezeichnen eine große Familie als Reichtum oder Wissen als Reichtum. Ja, das muss nicht unbedingt immer das Geld sein. Kann aber hier auch Geld sein, ja. Oder einfach beruflicher Erfolg. Vielleicht einfach aufsteigen, ja. Die Karriereleiter so ein bisschen hochklettern. Für einige habe ich das hier. Vielleicht auch für dich, ja. Das ist eine allgemeine Legung. Deswegen sage ich immer so vielleicht, weil ich sehe hier sehr viele Sachen und es ist eher unwahrscheinlich, dass all diese Sachen auf dich zu treffen werden, ja. Komplett alles zusammen. Ja, aber so einiges schon, ja. Und ich möchte noch für dich hier ein, zwei Orakelkarten ziehen. Was möchte dir deine, schau dir das an. Das ist zu viel, das geht nicht. Das ist ja fast, das sind ja fast alle Karten. Sind irgendwelche umgedrehten hier? Nein, aber die nehme ich, weil die liegt alleine. Und dann nehme ich noch eine. Was möchte dir deine Seele mitteilen? Der Frühling, der Frühling ist da. Also irgendetwas Bemerkenswertes, Spannendes, Starkes, Großes. Aber gut, sehr gut liegt das hier, ja. Wird im Frühling sich ereignen. Möchte dir deine Seele jetzt schon mitteilen, ja. Also deine Seele teilt es mir und damit auch dir jetzt schon, dass im Frühling etwas ganz, ganz Großes und Starkes auf dich zukommen wird. Etwas, was sehr viel Potenzial hat, ja. Und da geht es um Entwicklung, um Wachstum, um Aufblühen, um Keimen, ja. Also Keime sprießen, also Wurzeln, ja. Und dann aus diesem Samen wird eine schöne Pflanze. Und dann im Herbst kannst du ernten. So in diese Richtung geht das, ja. Und kann sein, dass es direkt mit den Jahreszeiten etwas zu tun hat. Ansonsten würde dir deine Seele hier das nicht so direkt mitteilen mit hier mit Primavera, also mit dem Frühling, ja. Also irgendetwas wird im Frühling richtig losgehen bei dir, aber positiv, schön, Aufblühen, Potenzial, Ausschöpfen dann, wenn du möchtest, ja. Etwas wird beginnen. Ich habe hier einen Beginn für dich. Neu Beginn, ja. Und dann habe ich hier Träume, Fantasie. Okay, also du wirst etwas, vielleicht in der kommenden Zeit, vielleicht auch in der Vollmondzeit, weil hier im Hintergrund ist der Vollmond, wirst du vielleicht hier so ein bisschen träumen, träumerisch sein. Oder du sollst träumen, weil Träume können in Erfüllung gehen. Deine Seele braucht hier Input, wird mir hier gesagt. Deine Seele braucht Nahrung. Und das können zum Beispiel deine Träumereien sein, deine Wünsche, was du dir so vorstellst. Stell dir was Schönes vor, ja. Das ist immer besser, wenn man sich was ganz, ganz Tolles vorstellt. Vielleicht aber auch so etwas Fantasievolles sehen. Vielleicht Fantasieromane lesen oder so Fantasievolle Filme schauen. Das könnte hier so sein. Und dann kann deine Seele vielleicht so ein bisschen baumeln, sich erholen. So ein bisschen etwas, ja, Verschnaufspause für die Seele bekomme ich hier. Soll ich jemanden sagen, braucht unbedingt etwas Schönes, etwas Angenehmes. Weg von dieser. Oder vielleicht bei dem einen oder anderen, ja, ja, harten Realität, ja. So ein bisschen Flucht in die Gedankenwelt. Aber sich da nicht verlieren, sondern einfach nur so eine Verschnaufspause. Wie gesagt, durch irgendetwas Schönes, Angenehmes, ja. Was einen vielleicht in eine andere Welt katapultiert. So durch Sehen oder Lesen oder Hören. Vielleicht ein Hörbuch, ja. So etwas Fantasievolles, Schönes, Angenehmes. Das braucht deine Seele, das teilt sie hier mir mit, ja. Oder einfach, wie gesagt, Träumereien. Einfach träumen. Sich hinlegen oder hinsetzen. Nach draußen schauen. Vielleicht sich einen Baum angucken. Oder Blätter. Oder vielleicht was anderes, was Schönes im Himmel, ja. Und so ein bisschen träumen. Ein bisschen dem Ganzen, der harten Realität entfliehen, ja. Ähm, die 5 der Münzen. Das ist ein Mangel. Irgendwo ist ein Mangel da. Die Seele zeigt mir einen Mangel an. Zu wenig. Zu wenig von. Vielleicht aber auch gar nichts. Ich schau mal. Zu wenig, gar nichts. Oh, zu wenig. Oh, 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 oh. Da. Okay. Okay. Rat des Schicksals. Schau dir das an. Ähm, ich hab das hier so. Bei dir ist irgendwo in deinem Leben Mangel. Ein Mangel. Zu wenig. Zu wenig kann Liebe sein. Zu wenig Geld. Zu wenig Zuneigung. Zu wenig Freunde. Oder zu wenig Familie. Also zu wenig Zeit mit der Familie verbringen können. Zu wenig Zeit mit den Freunden verbringen können zum Beispiel. Oder du wünschst dir mehr Familie. Oder du wünschst dir mehr Freunde. Du wünschst dir mehr. Äh, vielleicht, vielleicht wünschst du dir auch mehr Ruhe. Ja, das kann auch so sein. Ähm, also an, an irgendetwas mangelt es dir. Du hast von irgendetwas zu wenig. Ja. Ich hab hier was Besonderes für dich. Was ganz Besonderes. Und auf der Uhr war 17, 17. Krass. Ähm, ja, da kommt etwas auf dich zu. Was diesen Mangel, ähm, wegmachen wird. Sagen wir mal so. Ja, der Mangel wird weggemacht werden. Durch die Kraft des Schicksals. Äh, das Rad des Schicksals dreht sich für dich aus dem Mangel in die Verbesserung. Vielleicht nicht komplett in die totale Fülle. Ja. In den totalen Überfluss. Komplett alles voll. Das meine ich nicht. Aber, vielleicht bei dem einen oder anderen schon. Das ist eine allgemeine Legung. Das kann so weit gehen. Das Rad des Schicksals kann sich wirklich so drehen. Aber, ich hab das hier auch so ein bisschen. Also in die Verbesserung. Dass da mehr reinkommt. Dass da vielleicht, ähm, ich sehe so eine Schüssel. Weil hier hält man ja auch so eine Schüssel in der Hand. Dass diese Schüssel ist leer. Und die wird ein bisschen gefüllt werden. Ja. Bei, bei manchen wird diese Schüssel einfach überquellen. Ja. Das ist hier so. Aber das ist etwas Schicksalhaftes. Etwas, was so sein muss. Dieser Mangel, dieser extreme Mangel muss verschwinden. Und der wird auch verschwinden hier. Das ist einfach so, wenn du irgendwo zu wenig hast. Ja. In jedem Bereich kann das sein. Vielleicht schreibst du mir das in die Kommentare. Dass bei dir schon ein Mangel, äh, da ist. Ja. Musst nicht unbedingt schreiben, wo. Aber wenn du möchtest, wenn es geht, ähm, geht. Ja. Dann kannst du mir das auch schreiben. Und, ähm, ja. Das ist, ähm, Wendung des Schicksals. Das könnte man auch so sehen. Ja. Wendung im Schicksal. Wendung des Schicksals. Ja. Schicksals. Wendung. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, dieses Wort. Aber in diese Richtung geht es. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Dann habe ich hier für dich die Kraft. Na ja, kein Wunder kommt dann die Kraft. Wenn hier das, dieser Mangel beseitigt wird, dann kommt natürlich die Kraft, die Stärke, die Energie. Ähm, man, äh, ist stark. Man ist selbstbewusst. Man weiß, was man tut. Ähm, man weiß, was zu tun ist. Man macht es da. Man macht das einfach. Und das Ergebnis ist super. Ja. Also, das kannst du, ähm, nehmen für jeden Bereich deines Lebens. Ähm, ich habe hier auch, äh, vielleicht, 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 ja. So ein bisschen, bisschen Drama. Kann sein. Wenn, aber wenn, dann, dann in der Liebe. Ja. Vielleicht wird hier jemand so ein bisschen zum Löwen, ja. Und dann ist so ein bisschen Drama da. Ja, kann sein. Aber muss nicht. Ich habe das hier wirklich, ähm, auch eine starke Verbindung. Kernromantisch sein. Muss nicht. Deine Seele möchte dir eine starke Verbindung hier zeigen. Du hast eine starke Verbindung mit jemandem. Vielleicht ist es dir nicht bewusst. Aber da ist jemand, mit dem du eine starke Verbindung hast. Und wenn du diese starke Verbindung mit niemandem hast, dann wird diese starke Verbindung zu jemandem entstehen, soll ich sagen. Wie gesagt, muss nicht unbedingt romantisch sein. Muss nicht. Das muss nichts mit der romantischen Liebe zu tun haben. Kann auch freundschaftlich sein. Oder einfach in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens. Diese, diese Stärke. Gemeinsam, zu zweit sind wir stark. So, was habe ich hier für dich. Ich glaube nicht, dass es scharf wird jetzt. Ja. Gemeinsam sind wir stark. Und, ähm, du hast jemanden an deiner Seite, der auch bereit ist, für dich zu kämpfen. Oder sich für dich einzusetzen. Kann sein, dass das auch umgekehrt ist. Und du bist an jemandes Seite. Und du kannst dich für diesen Menschen einsetzen. Ihn den Rücken stärken. Oder ihn einfach bestärken in irgendetwas. Ja. Einfach da sein und, ähm, die Kraft zusammennehmen. Und zusammen, ja, wie gesagt, gemeinsam sind wir stark. So, was habe ich hier für dich. Und dann der Gehängte. Ganz zum Schluss. Diese Karte, das ist hier irgendwo Stillstand. Irgendwo hängengeblieben. Ja. Ähm, du hängst so in der Luft. Du wurdest irgendwie hängen gelassen. Ja. Durch vielleicht irgendetwas oder irgendjemanden. Und du hängst da rum. Und du weißt nicht, kommt dieser Mensch nochmal wieder? Werde ich hier losgemacht werden? Äh, wird mich jemand hier so ein bisschen befreien? Oder, äh, soll ich das jetzt selber tun? Oder vielleicht gefällt dir sogar diese, diese Haltung? Und du denkst dir, ach, ein bisschen, bisschen rumbaumeln hier. Die Seele baumeln lassen. Kann hier auch so in diese Richtung gehen. Aber für die meisten ist es einfach hier so nichts machen können. Weil die äußeren Umstände so sind. Das ist in einem bestimmten Bereich deines Lebens so eine Blockade. Vielleicht durch irgendjemanden hervorgerufen. Kann aber auch so sein, dass das irgendwie so ist. Ja. Muss nicht unbedingt jemand schuld dran sein. Äußere Umstände. Und du hängst da so rum. Und vielleicht gefällt es dir auch. Du machst dir Gedanken. Du hast endlich Zeit, dir Gedanken zu machen. Zu überlegen. Und ich habe das hier so. Egal, ob gewollt oder nicht. Ob vielleicht auch ein bisschen, ja, schade, dass ich hier hängengelassen worden bin. Dir wird eine Idee kommen. Du siehst hier diesen Schein um den Kopf, ja, von diesen Menschen hier. Und da wird dir eine Idee kommen. Oder etwas wird klar werden. Du wirst auf einmal vielleicht so den Durchblick erhalten in dieser Situation. Und ich glaube, ich werde noch eine Karte dazunehmen. Aber aus der Lage des Gehängten wirst du entweder durch dich selber befreien oder befreit werden. Ja, schau. Ja, genau. Die Herrscherin. Ja. Das, das, also, dieses Hängen lassen, nichts machen können, blockiert sein. Blockade, Probleme, Schwierigkeiten. Aber ich kann nichts machen. Mir sind die Hände gebunden. Kann auch so sein. Du hast hier die Herrscherin. Schau. Da kommst du raus, definitiv. Da wird das Ganze so aufblühen. Du wirst staunen. Du wirst Augen machen, ja. Du wirst Augen machen. Wie, wie krass das Ganze aufblüht. Ähm, naja. Ähm, die Karte bedeutet auch sowas wie, dass diese Zeit hier, wo du rumhingst, ja, rumhängen, nichts zu tun haben oder nichts machen können. Dass diese Zeit notwendig war. Du weißt davon nichts vielleicht, ja. Ja, aber im Hintergrund war diese Zeit notwendig, um alles vorzubereiten, damit du hier in diese mega krasse Entwicklung gehst. Weil ich habe hier so eine krasse Entwicklung. Entwicklungsschub, durchstarten, äh, vielleicht von null, kann aber auch irgendwo zwischendurch, ja. Und dann blüht alles auf. Und du hast dann so viel zu tun, ähm, du kannst so loslegen, ja. Ja, du kannst die Arme hochkrempeln und anfangen wirklich, dich, ähm, ja, zu beteiligen oder einzusetzen, ja. Zu arbeiten, zu machen, zu tun. Ähm, also aus dem Nichts wird super viel werden, ja. Super viel zu tun. Muss nicht unbedingt sein, dass du das jetzt alles alleine machen wirst. Sondern, du wirst einfach merken, okay, es passiert so viel. Und es geht alles in die super krasse Entwicklung, ja. So was habe ich hier für dich. Das wollte dir deine Seele mitteilen. Ganz am, am Ende vielleicht, ähm, also wenn du drangeblieben, äh, bist, dann ist das hier definitiv für dich, ja. Diese, diese Info definitiv für dich. Und, äh, ja, ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, dass du bis zum Schluss drangeblieben bist. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Namaste.